Notruf. Abonniert um keine weiteren Folgen von Notruf zu verpassen. Ich werde mich auch über ein Like freuen. Machen wir weiter. Letzte Folge hatten wir Contina oder Müllbrand. Ein bisschen größer war, haben wir auch nachalarmiert. Es wird so langsam dunkel. Da kommen die Nachteinsätze. Wenn man sich schon sieht. Achtung, Hilfeleistung VU3. Einsatz für LF24, RTW1, ELW1, NEF1, Leipziger Straße. Wie darfst du da nach Verkehrsunfall? Mal umziehen. Mal einsteigen. Wo kann ich losfahren? Was zeigt der Snowy denn an? Ein paar Fehler sind hier noch. Schon von letzten Einsatz. aber ich übernehme nicht die fahrzeuge alle zu fahren jetzt da geht's lang was ist denn das ist schon also schon zwei autos jetzt ausweichen können hat die ki gerade ein auto mitgenommen wo absitzen sie funktioniert irgendwie nicht schnell die alle schon da sind alle müssen auch schnell machen einmal straße sperren denn denn verkehrs fahrzeug sichern wo ist denn die person da das das versorgen brauchen nicht mit mab die sitze auch nicht ab so die ganze so super 3 noch abklemmen und dann befreien wir die Person Dreh abgeklemmt jetzt befreien Person befreien macht das auf ja wer bist du Q also Q nicht Q was mach ich E also E so jetzt hätten wir den Ohr schon können wir noch was sichern Brandschutz haben wir den gehe ich mal und man die raus 3 2 3 3 3 3 3 das ist gar nicht am Computer das machen die auch manchmal Person aus Fahrzeug befreien Person wird von RTW versorgt kommen so muss man irgendwas noch tun Ende so Fahrzeug gesicher Person freien gut dann sag ich mal zusammenpacken dann könnt ihr auch schon zusammenpacken was soll ich sehen dann gibt es auch hier ne den können wir auch alle zusammenpacken du zusammenpacken und du kannst schon mal abrücken was soll ich denn tun Lagemeldung Lagemeldung Fahrzeug halter Leitstelle Mülheim von 1 ELW1 kommen wohin Alter hier Leitstelle Mülheim kommen abschließende Lagemeldung Pkw gesichert angekämpte Person befreit dann RTW übergeben kannst du auch mal schon abrücken kannst du auch mal schon abrücken so größeren Verkehrsunfall hier noch da fährt auch gleich los so ach der fährt so dann einmal abrücken wir öffnen und sind schon fertig mit diesem Einsatz schließen dann war es diese Folge von Notruf bis zu den nächsten Folgen von Notruf bis zu den nächsten Folgen von Notruf bis zum nächsten Mal